Es gibt Partien, liebe Zuschauer, da musst du als Kommentator vor dem Anpfiff eigentlich gar nicht so viel erzählen. Die heutige Partie gehört dazu, Sebastian. Ich sag nur Barcelona gegen Real Madrid. Du hast absolut recht, Tom. Und wenn wir mal die ganzen Stars aufzählen würden, wo würden wir denn aufhören? Bei 10, 11, 12, 13, ich weiß es nicht. Eigentlich sind es fast 22 Topstars, die sich hier heute gegenüberstehen. So, und jetzt ist die Stimmung hier im Stadion. Spieler sind unterwegs. Özil. Am Ball, David Villa. Sergio Ramos. Ja, ich würde mal sagen, mit vollem Einsatz der Abwehrspieler. Ja, und Endstation, was den Pass angeht von Messi. Oh, robust, wie er da in der Zweikampf geht. Wir haben bei Xavi Alonso. Cristiano Ronaldo. So, mit die Viera. Achtung, genau in den Lauf. Wunderbar ausgespielt. Ja, das war gar nicht so einfach für den Keeper, oder? Absolut nicht. Hat er richtig gut gemacht. Im letzten Moment ist er noch da und schnappt sich den Ball. Das ist das Tor. Ja, und da hat er gesehen, da komme ich nicht mehr hin. Ja, da gibt er vorher schon auf und kann nur hinterher schauen, man soll auch anderes machen. Ja, und damit haben wir hier die Führung für die Mannschaft von Real Madrid. Das ist Xavi. Messi. Und Cristiano Ronaldo. Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören. Jetzt David Villa. Müsil. David Villa. Ja, damit kann zu dem Tor, da habe ich keine Ahnung. Nein, absolut nicht. Ich muss ja nur kurz, zwei, drei Schritte ausmachen und den Ball ausmachen. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Ja, schön. Kaka. Ja, und Achtung, aufgepasst, Forsten, der Ball ist noch heiß. Schiedsrichter entscheidet auf Ecke für Barcelona. Ja, war dran, aber es geht noch was für die angreifende Mannschaft. Und Achtung, Cristiano Ronaldo. Messi. Ja, er hat ihn gestört, aber den Ball hat er nicht bekommen. Das Zuspiel hat er auf Freistoß entschieden. Sofort, ohne zu überlegen. Kiki, der Ball hat Iniesta. Die Entscheidung geschieht sich, das ist klar. Muss Abschluss geben, Ball war im Tor aus. Oh, leichtfertiger Ballverlust. Das ist Sergio Ramos. Kaka am Ball. Ja, gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Und was war da los? Er hat ein bisschen die Balance verloren, das Gleichgewicht, ich glaube, daran lag das. Ja, der Pass von Gonzalo Higuain wurde da abgefangen. Ja, und der Stürmer kann sich da gegen den Abwehrspieler nicht durchsetzen. Oh, Trainer ist sauer. Ja, einfach mangelnde Konzentration, die er da zu beklagen hat. Özil. Na, Ball war im Seitenhaus und damit ein Wurf für Real. Ah, da wird der Trainer zufrieden sein. Mein lieber Mann war das ein Trick. Kaka. Und aufgepasst, was macht der Schiedsrichter? Ja, und da bleibt dem Schiedsrichter nichts anderes übrig. Man muss gelb zeigen, nach so einem V. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Und was macht jetzt der Keeper? Ja, sie lang hinten, aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich. Ja, Kaka. Ja, Kaka. Ja, Kaka. Ja, Kaka. Ja, Kaka. Christian Ronaldo. Ja, so kannst du normalerweise nicht zum Ball gehen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Aber David Villa. Messi. So, wie verhält sich jetzt der Keeper? Rundschuss. Ja, eben sah das viel besser aus bei ihm. Ja, die eine Chance hat er genutzt, die lässt er jetzt aus hier. Schade. Er versucht an den Ball heranzukommen. Am Ball Erik Avidal. Lima Ferreira. Das war mit dir. Ah, schön. Kaka. So, das war das Ende der ersten Halbzeit. So, ist schon fast ein logisches Halbzeitresultat. Zwei Mannschaften, die sich gegenseitig nichts nehmen. Ja, absolut, Tom. Also, da muss einem doch richtig was einfallen, um hier im zweiten Durchgang in Führung zu gehen. Ja, der Trainer nimmt den Ross. Der Spieler ist bereits mit der gelben Karte vorbelastet und in dieser Phase können sie es sich nicht leisten, in Unterzahl zu geraten. Deswegen jetzt die Auswechslung. Jetzt versuchen sie da was. Özil. Am Ball Sergio Ramos. Özil. Xavi. Messi. Und weiter ist es aufgepasst. So, jetzt haben sie es geschafft, jetzt liegen sie in Front. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob der Trainer reagiert. Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn der hat ja schon zwei Tore erzielt. Da hat der Torwart gepatzt und den Ball dem Stürmer serviert, der sich diese Chance natürlich nicht entgehen lässt. Ja, jetzt muss man sich was einfallen lassen, Real Madrid liegt hinten. Jetzt Puyol, Samiqui Dira. Cristiano Ronaldo, diskantes Zweikampfverhalten im eigenen Strafraum. So, was hat er jetzt gegeben? Ja, entscheidet auf Eckball. Das ist im Jester. Wer kann ihn jetzt noch aufhalten? Der ist drin! Ja, gut, dass sie nachgesetzt haben nach dem Treffer eben. Ja, ganz genau, aber man hat schon gespürt, dass Selbstbewusstsein steigt und prompt fällt das nächste Tor. Oh, das ist bitter, wenn ausgerechnet er jetzt ausgewechselt werden müsste. Ja, genau, jeden anderen hätt's treffen können, wird sich der Trainer sagen. Normalerweise ist er ja für die Tore zuständig. Ja, genau. Xavi. Dima Ferreira. Sauber gemacht, gutes Kopfballspiel. Ja, und es wird Abschluss geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Schön gespielt. Ja, überzeugt heute hier mit sehr präzisem Passspiel. Özil. Ja, lieber einfach spielen als so kompliziert. Messi. Und Ball hat Riccardo Carvalho. Zami Quedira. Kaka am Ball. In Jester. Ja, weg ist er. Kaka. Kaka geht da toll vorbei. Das ist doch ein schöner Ball für den Torwart, oder? Ja, kein Problem für ihn. Hat gut aufgepasst. Messi. Klasse, wie er sich da gelöst hat. Boah. Sebastian, das müssen wir mal erklären, was da passiert ist. Gerade hat er sich viel vorgenommen, trifft den Ball am Ende aber nicht richtig und deswegen geht das mächtig in die Rose dieser Versuche. So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie. Am Ball jetzt Xavi. Und die Mannschaft wird jetzt mutiger. Wird auch langsam Zeit. Ja, sie liegen zurück. Jetzt werden sie offensiver, haben taktisch umgestellt. Ja, Kaka. Ja, toller Pass. Oh, Eckball für Real Madrid jetzt. Vorsicht, Kopfball. Und der Ball ist im Tor. Und der Ball ist im Tor. sieht so ganz einfach aus. Ja, aber das ist eben die große Kunst, den Torwart zu uns überlisten. Das ist schon klasse. Das ist Xavi. Messi. Ja, könnte jetzt Frank. Auf den Abwehrspieler ist verlasst. Da war rechtzeitig zur Stelle. Ach, schön. Kaka. Von der Seite rein gegrätscht. Ja, klasse. Wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abfälscht. Ohne ganz gefehlt. Und der ist ja blitzschnell draußen gewesen. Na, weil er gut aufgepasst hat. Das merkt ja der Trainer auch immer an. Spiel mit Torwart und hier macht es. Messi. Am Ball jetzt Xavi. Oh, das könnte gefährlich werden. Also die Chance hat er vertan. Keine Gefahr für den Torhüter, der gleich abstoßen wird. Ja, es ist noch Hoffnung da. Aussicht von Real Madrid. Nur ein Torrückstand. Was für ein Pass. Und der Abwehrspieler kann ihn nicht halten. Ja, und da gehen sie dazwischen. Hätte was werden können. Beide Teams haben noch vier Minuten. Erstmal geklärt. Und so macht man sowas. Super Pass. Klasse Abwehrleistung. Ganz schwaches Zuspiel. Deswegen geht der Ball ins Haus. Ja, es muss ein Wurf geben. Und ein neuer Mann soll jetzt hier mithelfen, die Niederlage vielleicht doch noch zu verhindern. Ja. Ganz energisches Zweikampfverhalten hier vom Abwehrspieler. Schön gemacht. Ja, der Pass kommt und der schiebt sich da pfeift die Partie ab. So, Sebastian, das war eine Partie, in der, glaube ich, alles drin war, was man sich als Fußballfreund nur wünschen kann, oder? Ja, und gerade bei diesen Begegnungen hier werden ja immer besonders harte Zweikämpfe geführt. Das geht dynamisch zu. Und es geht ja auch immer um die Ehre. Und wenn man den Rivalen besiegt, ja, dann kann man doch mit breiter Brust durch die Stadt laufen und sagen, so, also bis zur nächsten Begegnung sind wir erstmal vorne. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Uns hat es Spaß gemacht, Ihnen hoffentlich auch. Und Sebastian, Hellmann und ich, wir würden uns freuen, wenn Sie dann beim nächsten Mal auch wieder einschalten würden.